Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Copyright Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020